Tasmanian Tiger Tech Pack 28. Ein modulares Tech Pack 28. Und wenn du jetzt wissen willst, was kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkräft-Aureal auf waldolau.at. Es ist mir eine Freude, dass es wieder ein neues Rucksack gibt. Modular Tech Pack 28. 28 Liter. Ein Gewicht 1,35 kg oder so irgendwas. Ich weiß die technischen Daten nicht auswendig. Ich gebe da unten den Link, wo du das Ding bekommen kannst. Da steht alles, was du brauchst. Wir kennen das von Tasmanian Tiger. Klassische Qualität, alles wunderbar verarbeitet. Also über das brauchen wir nicht sprechen. Wir reden nur über die Funktionalitäten. Ich habe den Rucksack jetzt hier in Coyote Braun. Gibt es in Olive und Schwarz und was weiß ich. Schau es da ganz einfach an. Fangen wir vorne an. Hier einen Glättpatch kann man anbringen. Es gibt ein Frontfach. Das Frontfach hat hier jetzt keine weiteren Organisationsfächer, sondern geht bis hierher. Da, bis da. Dann hier unten. Da wird es dann interessant, aber dazu später. Dann hier ein Laser-Cut-Feld. Seitlich sind hier solche Schlaufen eingenäht auf beiden Seiten. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man hier einerseits außen Flexicord anbringen kann, um zum Beispiel die Jacke, die man außen anbringen will oder Handschuhe oder Haube. Beim Laser-Cut habe ich jetzt in letzter Zeit häufig den Kommentar bekommen, dass das irgendwie unpraktisch ist. Schaut zwar cool aus. Klar, weil es einfach statt die klassischen Molle-Streifen ziviler ausschaut. Auf der anderen Seite kann man halt Ausrüstungsgegenstände nicht mehr so leicht reinbringen. Und das stimmt natürlich. Aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Kann man halt nicht mehr außen anbringen, sondern muss man halt da reinwerfen. Das Manienträger, aber auch viele andere Hersteller gehen einfach jetzt in diese Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch auch Gewicht einspart. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist er relativ leicht dafür, was er an Funktionalität dann noch bietet. Aber das werden wir noch sehen. Das gibt es dann im Hauptfach. Ein großes Glätt mit Molle. Das ist einmal das eine. Seitlich sind hier Netztaschen verfügbar auf beiden Seiten mit so einem Flexiband mit dazu. Du kannst den Rucksack komplett aufmachen und hast ihn quasi vor dir liegen. Also es ist kein Top-Loader nennt man das, sondern wie nimmt man das? Schreibt mal gerne einen Kommentar. Das wäre irrsinnig toll. Dankeschön. Ich bin nämlich vergesslich. Im Frontbereich befinden sich auch drei Glättstreifen, um auch hier Ausrüstung anzubringen bzw. die modularen Pouches, die man auch von Thesmanian Tiger bekommt. Dann gibt es hier ein großes und zwei kleine Fächer. Auf jeden Fall kannst du hier reinsehen. Das bedeutet, du kannst hier wirklich Kleinteile reinpacken und siehst von außen, was drin ist. Im Lieferumfang ist auch mit dabei das Flexicord. Und jetzt kann es sein, dass dieses Flexicord eh dazu gedacht ist, dass man das außen anbringt. Oder ist es dazu auch gedacht, dass man das vielleicht hier innen wo anbringen kann? Ich schaue, ob hier irgendwelche Schlaufen innen eingenäht sind und ich sehe sie nicht. Also mein Verdacht war richtig. Das gehört nach außen. Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Du hast die Möglichkeit, das Ganze zu versperren mit einem Vorhängeschloss. Das ist im Lieferumfang nicht dabei, also musst du es dir checken. Bevor wir hier nach unten gehen, was mir jetzt schon gefallen wird, aber egal. Es gibt hier seitlich auch diese eingenähten Teile. Könnte das jetzt sein, dass man das Flexicord auch hier durchgeben kann, dass man das da spannt. Hier unten ist auch einerseits hier eine Schlaufe und da diese Schlaufe eingebaut. Und unten beim Lasercut, ich glaube, dass dieses Loch dazu da ist, dass Feuchtigkeit rausrinnen kann. Genau, stimmt. Das ist da unten auch dieses Loch. Also das ist ein Abflussloch. Diese Schlaufen und dieses aufgenähte, aufgesetzte Teil ist auf beiden Seiten. Also da werden Sie sich sicher irgendwas dabei gedacht haben. Ich komme noch immer nicht nach unten. Das Tragesystem, ich glaube, das heißt Headed Back System. So irgendwie. Schau dir an, ich gebe da unten den Link. Hier vorne auch noch einmal Lasercut angebracht, dass man hier die Toolpockets anbringen kann oder andere Ausrüstungsgegenstände. Das versteckt dann auch automatisch gleich die Tragegurte. Einfach durchdacht und in alle Möglichkeiten variabel. Gibt dann auch einen Brustgurt mit dazu, den du natürlich auch ausfädeln kannst. Hier gibt es den Hüftgurt, den ich sowieso nicht brauche, weil ich bin mir sicher, dass er nicht passt. Selbst wenn ich ihn komplett ausfahre, glaube ich nicht, dass ich den über den Bauch drüber kriege. Oder doch. Egal, ich will es gar nicht probieren. Kann man aber ausfädeln, das ist überhaupt kein Thema. Dieses Mal kein Schnellsystem. Hier ist wiederum der Eingang für ein Trinkblasensystem. Alles höhenverstellbar. Das ist wirklich cool, ist wirklich cool. Es sind nämlich diese zwei Schlauferl mit dabei. Und da ist dieses kleine Bundle mit dabei. Hast du eine Idee, wofür das gut ist? Schreib es mir gerne als Kommentar. Im Frontbereich sind auch noch diese Kompressionsschlaufen. Ist das vielleicht dazu gemacht, dass man hier jetzt sagt, okay, ich möchte hier eine Rolle, eine Schlafrolle, also Unterlagsrolle oder irgendwas anderes transportieren? Das könnte sein, das klingt plausibel. Sonst? Hallo? Nein, also das muss es sein. Also außer irgendwer weiß das besser als ich. Also ich glaube, das gehört eigentlich da drauf. Aber nein, nein, nein. Nein, könnte es sein, dass diese zwei Schlaufen, die im Lieferumfang mit dabei sind, dass diese zwei Schlaufen für das hier, für diese Teile, gemacht sind? Ein Gefrimmel. Aber es geht natürlich. Könnte das sein? Aber auf der anderen Seite, dieser Gurt, also eine Rolle, eine Schlafmatte würde ich nicht reinkriegen. Aber andere Ausrüstungsgegenstände, warum nicht? Naja, ich meine, ich habe es jetzt aufs Maximum gestellt. Also es geht sich da schon ein bisschen was aus. Also meine Birne geht nicht durch, aber finde ich auf jeden Fall spannend. Und da ich Tasmanian Tiger wirklich mag, ich mag diese Firma wirklich, wahrlich, mag ich jetzt was sagen. Wie jetzt was voll cool wäre, wenn da ein QR-Code drauf wäre, wo ich mit meinem Handy hingehe, Und dann komme ich auf eine Webseite und da ist ein Video und da wird für Dummköpfe wie mich innerhalb von 80 Sekunden erklärt, was dieser Rucksack alles kann. Das wäre voll super, aber ist noch nicht Weihnachten, oder? Es gibt doch immer einen Punkt, und zwar dieses Schläufchen hier, dieses Flexicord. Wozu ist das da? Ich wiese da, wozu ist das da? Und weißt du, was ur arg ist? Da mache ich eine Vorstellung, eine erste Vorstellung von einem Rucksack und dann weiß ich nicht, was das ist. Das ist irgendwie urbeinlich, oder? Eine Idee hätte ich jetzt noch vielleicht. Gehört dieses Schläuferl da durch, durch dieses schwarze Ding da? Und dann steht das da raus und dann könnte man, wenn man irgendwelche Stöcke oder irgendetwas anbringen mag, die da oder hier bei diesen Schlaufen anbringen und festzuhren, könnte das sein. Das gehört sich hier vorn. Na das, das wäre eine Idee. Egal, wenn du es weißt, wenn du es weißt, dann schreib es mir bitte als Kommentar. Das würde mir schlaflos eine Echte ersparen. Ja, das Teil ist schön und ich werde das ganz einfach in den Test nehmen. Ich werde das in den Test nehmen und dann wieder berichten im Herbst. Es gibt dann auch noch, das ist glaube ich auch eine Neuheit, ein Tech Pouch 11. Das würde hier vorne drauf passen, weil es gibt ja bei diesem Rucksack keine Möglichkeit, irgendwelche Flaschen oder Ähnliches zu transportieren, dass man hier noch einmal Netztaschen mit dabei hat. Also auch das wäre eine Möglichkeit, dass man das Tech Pouch 11 MK2 mit dazu gibt. Alles mit diesem neuen Molle-System. Also ich bin mir sicher, dass dieses Material einfach gewichtssparend ist, als das gute alte Dismini-Tagger-Zeugs. Alles ändert sich, nichts bleibt so wie es ist und es gibt immer etwas Neues, auch bei Tasmanian Tiger. Das war's, das ist das Tasmanian Tiger Modular Pack 28. Wenn du irgendwas dazu weißt, dann schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du eins holen willst und rausfinden willst, selber rausfinden willst, wofür diese Schnürl da ist. Dann gebe ich dir unten den Link, wo du das haben kannst. Wenn du mich und meine Arbeiter unterstützen willst, du hast dir vielleicht ein selbstgemachtes Renni-Rossmann-Ding bei uns aus der Renni-Rossmann-Wirkstatt. Ein Messer von mir oder sonst sowieso und überhaupt. Dein Renni-Rossmann und ciao, ciao.